Das Beste, was deutsche Comedy zu bieten hat. Ich liebe es, so ein bisschen durchgedreht zu spielen. Man war früher alberner als heute. Ich glaube, es ist nicht möglich, Comedy zu machen, ohne dass irgendjemand sauer ist. Erlebe die lustigsten Comedy-Momente, vereint in einer Show. Wir lieben einfach das Rampenlicht. Mit persönlichen Geschichten der Stars und exklusiven Material. Wir wollen hübsch aussehen für Comedy-Allstars. Comedy-Allstars. Dienstag, 20.15 Uhr. ProSieben. Oder Streaming of Join.